Das geht dann direkt so bei Klatsch und Tratsch rein. Genau, das ist jetzt die Anmoderation. Ich würde jetzt auf die Uhr gucken, kann ich aber nicht. Es ist 6.30 Uhr sonntags. Und wenn hier jemand große Brötchen backt, dann ist das natürlich Aaron, der neben mir steht. Definitiv. Und mein heutiger Stargast ist. Dann gehen wir mal in deinen Laden. Gehen wir rein, ja? Trieben, Käppchen, Viechchen, war? Super, super, super. So, jetzt stehen wir quasi hier in deinem Reich. In meinem Reich, ja? Ja, alles, also von Schrippen bis Kippen bis für die Kinder Magic Karten. Hier schön Bundesliga sammeln, wer hat Dante und so. Super, läuft Bombe. Sehr gut. Vor allen Dingen, du hast ja seit vier Monaten eine eigene YouTube-Sendung. Ja, Herr Aaron. Und ich beneide dich zum einen um dein Mikro, das habe ich seit einem Jahr nicht geschafft. Und zum anderen, du hast jemanden, der die Kamera hält. Ich habe jemanden, der die Kamera hält. Ich muss auch sagen, ich kann nicht schneiden. Das macht auch ein Kumpel. Du hast dich ja unter anderem auch bei der Masterclass von Frank Elsner beworben. Ich auch. Und er hat mir den Platz weggenommen. Wirklich? Und nur um dann, wie lange hast du dann, wann hast du geschmissen? Nach wenigen Wochen? Bist du sicher, dass ich dir den Platz weggenommen habe? Nein, ich war Platz 53 oder so. Keine Ahnung. Mit Sicherheit nicht. Wie lange? Ich bin dann, warte mal, wann ging es los? März, Mai musste ich aufhören. Ah, okay. Ich musste aufhören, ich wollte nicht. Okay, bist gezwungen worden. Naja, ich hätte mit YouTube so viel zu tun, dass Frank gesagt hat, Aaron, es ist nicht gut, wenn du zweimal die Woche fehlst bei fünf Tagen. Und dann hat er gesagt, ja, gut, komm, lassen wir. Okay, ich habe ihn darauf angesprochen, ich habe mich ja komplett blank gemacht. Ich habe so eine männliche Michaela Schäfer da abgeliefert. Ja, siehst du? Ach, dass ich nicht mehr daran erinnere. Ich habe ihn jetzt neulich getroffen, zeigen bei einem Weihnachtsspecial. Frank ist super, ist ein super netter Mann, der hat mich so nett getroffen. Du hast aber immer noch keine Freundin. Ich habe immer noch keine Freundin. Okay. Das ist schwer, ich nicht zu finden, die Jutes. Wieso das denn? Nicht Raucherin. Okay. Das ist ganz wichtig. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich auf Blond stehe, aber das ist ja nicht so. Da muss das ins Gesamtpaket passen. Okay, das heißt... Ich musste sehen, letztens, da war so eine schöne Schokoladenhautfarbe, schöne Locken. Da dachte ich so, oh, ich bin verliebt. Nächsten Tag eine blonde Elfin, oh, ich bin verliebt. Also das ist unterschiedlich. Was denn eigentlich mit, du hast ja vor einem guten Jahr 125.000 Euro abgecashed bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär. Oh, dann verklagt dich RTL, Oiga. Nein, nein, ich mache so Screenshots oder so. Ah, okay, darf man? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, RTL erlaubt es doch. Ja, ja, die erlauben ja alles. Die sind ja nicht so wie ZDF, die dann sagen, hier, interview mal Markus Lanz und dann darf das nicht ausstrahlen. Ja, das war wirklich ehrlich. Ich sage euch, Markus Lanz war so locker, das habt ihr noch nie gesehen. Aber ich kann nicht erzählen, was er sagt. Er darf leider nicht sagen, worum es geht, aber ich darf das sagen. Markus Lanz hat ausgepackt. Wie ist es, mit einer so viel älteren Frau zusammen gewesen zu sein? Nein, nein, gar nicht. Ich kann nicht sagen, worum es ging. Darf ich? Ach, ist mir doch egal. Ich habe, hast du die Wetten, das gesehen mit Helene Fischer? Ja, ich gucke alle Wetten, das. Und da hat er doch den Zeitungsartikel gezeigt, dass die angeblich zusammen sind. Ja, ja, ja. In meinem Interview habe ich ihn den gezeigt, gesagt, guck mal hier, die ganzen, ich habe mal mitgebracht, stimmt das? Und er so, nee, das stimmt nicht. Eigentlich stimmt ja nicht, weil die ganzen Zeitungen hinter uns, nee, guck mal. Weil die ganzen Zeitungen hinter uns schreiben, das stimmt gar nicht, was Lanz. Und der hat mal aufgeräumt und dann sage ich so, ich habe, du hörst, du bist mit Helene Fischer zusammen. Und das hat er bei Wetten, das mit drin gebracht. Ach, witzig. Der Saftsack. Er hat dann mir die Idee geklaut, aber naja. Aber sind die da so hart? Er darf wahrscheinlich so viel Privates erzählen. Privat, er war wirklich sehr privat. Also so lockerlässig habe ich Markus Lanz wirklich noch nie gesehen. Der ist ja ohne Schuhe rumgegangen, hat private Sachen. Keine Krawatte umgehabt? Keine Krawatte umgehabt. Nicht immer fabelhaft, mega geil oder so gesagt. Sensationell. 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 Noch nie gesehen. Wahnsinn. War super. Aber ich mag den sehr, Markus Lanz ist der netteste Mensch, den ich mitkenne. Ja. Der ist zu allen freundlich. Du kennst nicht viele Leute, oder? Aber kennst du Markus, hast du mal mit dem geredet? Der ist so nett. Ja. Dem klaust du das Handy, der rennt dir hinterher und sagt dir den PIN, weil sonst hast du nichts davon, der ist wirklich zu scheißen nett. Um auf meine Frage von ihm nochmal zurückzukommen. Was mit dem Geld? Hast du das schon auf den Kopf gehauen, oder? Nee. Ich sag mal so, wenn ich jetzt alle die Linie und Schulden einsacken würde, könnte ich dir jetzt auf eine schnelle so 100.000 Lein. Wenn ich das bräuchte ein paar Wochen Vorlaufzeit, aber wenn ich das von da und da... Ja, mach mal. Bis Weihnachten hast du Zeit. Nee, nee. Das ist schon gut angelegt. In Facebook-Aktien und Flughafen-Aktien und so alles, was läuft. Okay. Echt jetzt? Nee. Ich hab's irgendwo in Berlin mit einem riesen X-Fahrer-Rahmen und wer das findet, darf's behalten. Sehr gut. Aufrufkoordinaten werden jetzt so eingewerbt hier unten. Genau. Und da unten. Genau. Und geht mal alle Lotto spielen. Hast du gemerkt? Wir haben uns jetzt schon hingesetzt. Eigentlich hört man ja mal hier ein bisschen um den Ständer laufen können, damit ein bisschen was passiert. Ja, wir können auch Action im Bild haben, aber ich sitze doch so gerne. Ich hasse stehen. Ja? Ist das so? Ich hab zehn Monate Tankfahrt geahnt. Zehn Monate Tankfahrt an der Bayer Shell und da musst du immer zehn Stunden stehen, durfte das nicht sitzen, deswegen hasse ich stehen. Okay, ja, dann setzen wir uns wieder hin. Einmal wie Powervoll. Dann setzen wir uns wieder hin, wie alte Leute. Ja, weißt du, so, dann musstest du immer zu den Leuten hingehen und sagen, einmal wie Powervoll. Tanken kostet ja nur 1,60 und die haben dich angebrüllt. Diese Sachen wachst du alle selber? Ja. Ich bin, äh, kennst du das Lied in der Weihnachtsbäckerei von Wolf Zuckowski? Das hat er geschrieben, nachdem er hier einmal Kuchen gegessen hat. Ist das so? Ja, ich würde niemals liegen versprochen. Volki, der Song ist gefühlte 30 Jahre alt, das heißt, sieben Jahre bevor du geboren wurdest, wurde dieser Song geschrieben. Ja, 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 der hat ein gutes Gefühl, das war so eine Zeitmaschine. Zeit ist rum und... Du würdest nur wissen, was ich mir vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, einen super tollen neuen YouTube-Channel zu machen, aber sag nicht wie, warum. Okay, aber nur mit dir alleine? Ja. Aber du hast doch schon einen. Ja. Willst du noch einen haben, oder was? Ich habe eine super Idee, wie man YouTube und Fernsehen endlich mal zusammenbringen kann. Wow. Das verraten wir jetzt nicht. Nee, das verraten wir nicht, das sehen wir vielleicht irgendwann im Fernsehen und wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Oder nächste Woche und es wird alles weggeschnitten, weil du genehmigst nichts, was man macht krank. Das ist das Interview, wieso nicht frei? Davon gehe ich auch. ZDF. Danke. Mit dem zweiten sieht man besser. So, ab. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.